Ah! Oh mein Gott, hat mich das erschrocken! So, und damit einen wunderschönen guten Tag und willkommen zu der neunten Folge von Minecraft Models Sky Vlog. Und, äh, ja, in dieser Folge möchte ich mir actually das Ding angucken. Denn ich weiß nicht wieso, aber irgendwie will hier nichts spawnen. Äh, also natürlich werden wir gleich noch die Tür öffnen, aber wieso spawnt hier nichts? Ich habe, ich habe actually, äh, offscreen nicht nachgeguckt, da bin ich ehrlich, aber dafür würde ich es jetzt tun. Nur die Frage ist, warum spawnt nichts? Ist da irgendwie noch Licht drin oder so? Oder habe ich da was vergessen? Weil ich, ich glaube, ich mache mir ein paar Leitern und wenn ich dann, oder würde ich mich da hochbauen und dann gucken, ob da irgendwas falsch ist, würde ich vorschlagen. Also, sonst, mir fällt irgendwie sonst nichts ein. Weil die Difficulty passt. Äh, Mob Spawning ist an. Sonst an sich ist auch alles passend. Glaube ich. Also ja, ich gehe mal kurz hoch. Vielleicht sehen wir ja direkt mal was. Oder vielleicht spawnen da schon welche, aber irgendwie, keine Ahnung, wollen die nicht runterfliegen, weil irgendeine Mod sagt, äh, nein, die Mobs sind zu schlau dafür. Und die Mob lässt die Viecher nicht runterfliegen oder so, keine Ahnung. Äh, warte, wie mache ich das jetzt? Warte, kann ich nicht irgendwie so? Zack, oh, smart. Mit Walljump. So, ist hier jetzt irgendwas am Spawn? Ich passe mal ein bisschen auf. Oh, wait, hier ist, oh, diesen Block braucht man gar nicht. Äh. Äh, ah, oh Gott, hier ist schon jemand. Äh, hier war schon jemand? Ist hier sonst irgendwas? Ich sehe nichts. Äh, machen wir kurz hier an der Seite auf. Sind hier sonst irgendwelche Monster? Nee, gar keine, ne? Hier ist sonst kein Monster. Hier noch? Vielleicht. Oh, brah. Okay, jetzt habe ich das Ding verloren. Äh, nee. Sonst ist hier gar nichts. Nö. Also, er ist ein Slime. Okay. Interessant. Mache ich kurz nochmal wieder zu. Gut, ich habe Schneeball bekommen und... Äh, das war's. Okay, wie mache ich das jetzt? Mache ich das jetzt? Soll ich runterfallen einfach? So, hier war runter. Okay, ich glaube, das wäre jetzt das Schlauste. So, ich bin draußen. Und jetzt habe ich dieses Ding bekommen. So, was ist da drin? Äh, okay, essen und... Wait, das ist ein Schwert. Also ein besseres. Oh mein Gott. Wow. Was ist das? Das macht einen mehr Damage, aber Quality worthless. Äh, minus 10 Dig Speed, Attack Damage, Attack... Ja, wow. Aber ich glaube, es ist trotzdem besser als mein jetziges, ne? Ja. Und guck mal, wie geil das aussieht, ey. Mein Gott. Okay, so. Äh, und Suppe. Oha! Oha, zwei neue Herzen, wie geil. Das ist echt nice. Aber ich glaube, Slown ist egal. Das ist jetzt nicht so wichtig. So, und hier, genau. Cobblestone wird weitergefarmt. Und ich würde jetzt einmal zur neunten Tür gucken. 19, 12, 16... Äh... Ich gehe mal kurz hier in der Mitte hin. Hier, ne, 1, äh... 18... 21, 15, 9. Da ist neun, oder? Ist das neun? Ja, ist neun. Warte, so. Da ist das neunte Türchen. So. Okay. Dann würde ich mal reingucken. Und... Cases? What? Ich sehe Cases. Und Getränke. Und... Ne Chest. Und Gold... Oha, wait. Goldblöcke. Wait, wait, wait. Oha, das... Wait, ist das nicht übel, der OP-Raum? Wait. Okay, also die... Die Dingenslaterne. Die Stairs und die Getränke jucken jetzt eher wenig. So. Aber sonst? In Invasion has started. Zombie Miners? Oho. Was? Zombie Miners? Äh, eine Invasion hat gestartet. Warte, was für eine Invasion? Hallo? Spawnern welche in meiner Mobfarm? Okay, können wir gleich mal sehen. Äh, erstmal das Ding hier looten. Ja, ich kann... Ja, komm. Also für Deko kann ich die Dinger gerne mitnehmen. Äh, so. Das ist jetzt nicht so wichtig. Dann das Ding. Ich halte jetzt meine Offen, damit ich was sehe. Goldblöcke. So. Oha, das ist echt geil. Das ist echt geil. So, und dann... Die Dinger. Oder sind die in irgendeiner Weise gut? Kann man die irgendwie verkraften oder so? Wait, Weizen. Die kann man in Weizen verkraften. Das ist schon gut, okay. Ja, mind. Dann Cases. Die sind verdammt gut. So. Zack, zack. Ist da irgendwas so da? Nö. Keine. Wait, doch, da ist ein Viech, da ist ein Viech, da ist ein Viech. Äh, der ist aber unsichtbar. Oh, nee. Unsichtbare Monster hab ich ja gar nicht gern. Okay, und noch mehr Cases. Sehr geil, oha. Das war wirklich ein richtig geiler Raum. Sogar noch ein bisschen Deko dazu. Ach, du Heilige. Oh, oh. Komm mal her. Ja. Der TNT in der Hand. Und ich glaube, die können, äh, die Zombies können sogar Dinge wegsprengen. Ich glaube, in dem Modpack. Oh Gott, ja. Das meine ich. Oh, oh. Äh. Oh. Oh, oh. Oh Gott, okay. Ja, äh, das war. Huch. Okay, dann spawnen wir gleich wieder oben. So, da sind wir wieder. Was sind das für OP-Viecher? Chill mal ganz kurz. Äh, wait, mein Haus. Wait, es werden Dinge abgebaut, oder wie? Wait, sehe ich das gerade richtig? Bauen die Zombies gerade Dinge ab? Wait, die bauen Dinge ab, oder? Oder sehe ich das gerade irgendwie falsch? Also hier mein Colton wird abgebaut. Hier Dingens, mein... Okay, das Ding ist jetzt selber abgebaut. Ich habe mein Haus so ein bisschen gegrieft. Oh Gott, Hilfe. Ein Invasion has started. Äh, war es das jetzt, oder? Haben die noch irgendwas zerstört? Also ja, die haben da hinten was zerstört. Das muss ich dann einmal offscreen wieder reparieren. Ich hoffe mal, das war's. Ähm. Okay, meinem Haustier geht's soweit gut. Das ist wichtig. Oh, das war gerade, äh... Beängstigend. Ach, die Dinger. Haben die sonst irgendwas abgebaut? Ich glaube... Wait, meine Chests? Okay, mein Chests geht's gut. Das ist wichtig. Äh, ja, ich gehe mal ganz kurz pennen. Das ist mir sonst... Ich kann nicht während Invasion als schlafen. Wow. Super. Äh, was mache ich dann in der Nacht? Ich meine, ich kann jetzt schlecht, äh... Einfach so weitermachen, oder? Wait, ich glaube, ich packe mal eben hier ein bisschen... So, zack, 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 zack. Getränke. Äh, hier. So. Und zack, und... Wait, es sind... Wait, kann man das... Wait, 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 sekunde, sekunde, sekunde. Geht das hier? Geht das nicht? Kann man die nicht da reinfüllen? Wait, doch, kann man. Ist das jetzt ein Wassereimer? Nee, oder? Wait, ist das... Ey, das ist doch genau, was wir gebraucht haben. Schönen wir ganz kurz, schönen wir ganz kurz. Äh... Äh, Lava? Nee, kein Lava-Eimer. Äh, kurz einmal Wassereimer, oder halt einen leeren. So. Ist das jetzt ein Wassereimer? Wir haben endlich... Unendlich Wasser. Äh, 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 kurz einmal hier... Wait, wie mache ich das? Wie mache ich das? Äh... Äh... Das war irgendwie die Farbe... Guck mal, dieser Strich ist die Farbe von Zombies, so ein bisschen. Von der Kleidung von Zombies. Ich hätte immer so ein bisschen Angst, kurz. So. Zack. So und so. Wir haben unendlich Wasser. Oh mein Gott. Oh, das ist geil. Das ist sauber. Und dazu können wir dann bald mal unsere Farn da erweitern. Okay. Egal. Äh, wir haben Loot Cases. Wir haben Loot Cases. Und das würde ich jetzt einmal ganz kurz machen. So. Zack. Genau, das Ding, äh... Das ist nicht gut. Ich würde es aber einfach mal hier auf das... Auf den Arm aus der Hand packen. Basic Case. Okay, das ist ein gutes Schwert. Da brauche ich den Zweihändler... Den Zweihänder oder Zweihändler nicht mehr. Das ist gut. Unbreakable sogar. Das geht nicht kaputt, ne? Und hier. Zack, zack. Oha. Das ist ein gutes Schwert. Äh, dann das nächste. Basic Case. Äh... Ich glaube, meins ist besser, ne? Ich glaube, meins ist sogar besser. Würde ich das aber mal nehmen. Äh... Das Ding brauche ich auch nicht. Okay, was haben wir als nächstes? Ich glaube... Common Mega Loot Case. So. Oh Gott. Das schmeißt ja weg. 9 Damage. Was macht das noch? Ne, das ist nicht besser. Ich würde das aber trotzdem mal hier alles immer... Ich sag mal, speichern. Äh... Gibt es irgendwie so ein... Stimmt, weil... Ich weiß, ich weiß, ich weiß was. Ich weiß, ich weiß was. Ähm... Ähm... Ja, wie gehen die Dinger nochmal? Da kann man ein Schwert reinpacken. Ich kann ja gar nicht mehr reden. Ah, wie... Wo war das? Wo war das? Wo war das? Äh, kurz nochmal. Hier, hier, hier. Äh... Ich glaube, das würde auch gehen, aber... Da gibt es bestimmte Teile für. Äh, äh, äh... Okay, wie hieß die Mods? Dann kann ich das da suchen. Hier. Wie hieß die Mods? So, hier, hier, hier. Das Ding, das Ding. Äh, da brauche ich Slabs und Eisen für. Habe ich, habe ich, habe ich. Okay, sogar eine Menge. So, ich glaube aber... Invasion hat Aufgaben, oder? Sonst sind da keine... Keine restlichen Monster. Okay. So, dann einmal zack. So, drei Stück. Passt fürs Erste. So, okay. Und dann kann ich jetzt die Schwerter reinpacken, ne? Ja, geil. Sehr nice. Okay. Dann... Nächstes. Schlimmes schmeißt ich immer noch weg. The Punisher. Ja, das ist halt einfach nur für Dirt, oder? Oh. Hab ich ja... Oh, nee. Huch. Ja, egal. Machen wir dann gleich später. Und wir haben jetzt eben endlich Wasser. Äh... Wait, wait, wait. Brauche ich... Ne, das brauche ich an sich gar nicht. Dann fange ich das aber mal hier hin. So. Nächstes, nächstes, nächstes. Zack. Und, ist das gut? Das ist besser als mein jetziges. Ja. Das ist besser als mein jetziges. Das macht einen mehr Schaden. Dann... Das nächste. Und... Das ist... Das ist besser. Das macht sogar mehr Rüstung. Perfekt. Dann nehme ich das gerne. Wobei das actually besser aussieht. Dann mache ich das als Deko-Rüstung. Äh... Golden Case. Okay. Und... Heavy Harbringer. Ist es auf jeden Fall besser als mein jetziger Pickel. Das ist klar. Äh... Dann nächstes Golden Case. Barbaric Defender. Oh Gott. Wer bist du? Wer bist du? Geht's dir gut? Geht's gut. Okay. Du leuchtest nur. Hallo? Wird kam er denn jetzt? Hilfe. Der sah sehr komisch aus. Oh Gott. Das ist echt eine gruselige Nacht. Ich kann ihn nicht mal skippen. Kann ich jetzt pennen eigentlich? Wait. Ganz kurz. Kann ich nicht? Ach. Okay. Nächstes. Iron Nightmare. Das ist stronger. Das ist gut. Okay. Noch ein neues Schwert. Sonst irgendwas? Nee. Oh Gott. Ist es repariert da hinten? Wait. Nee. Es repariert sich. Lol. Also ist die Sprengung nicht richtig gewesen. Also die ist jetzt nicht echt. Sag ich mal. Und. Was macht diese Sounds? Es bringt mir Luck. Das ist tatsächlich besser. Aber. Nee. Die Rüstung. Nee. 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 Das ist wirklich schlecht. Nee. Das bringt mir übel wenig Abwehr. Nächstes Titan Case. Autosmeld. Ist geil. Wait. Das ist übel OP. Das macht zwei. Das baut es instant ab. Ne? Das baut fast instant ab. Ja. Let's go. Neue. Neue Picke. Äh. Dann packe ich das Ding hier hin. So. Okay. Oh Gott. Wieder einer von denen. Ah. Oh mein Gott. Hat mich das erschrocken. Oh. Zu Hölle. Oh mein. Was war das grad? Ah. Nein. Was? Woher? 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 Wer macht das? Ah. War's das? Ich glaub das war's, oder? Also ich kann das Ding irgendwie nicht essen. Ey. Wer macht das? Nein. Nein. Chill. Überleb. 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 Okay. Rein da. Bleibt da drin. Bleibt da drin. Wer macht das? Es ist niemand zwischen den Bäumen. Ich muss aufpassen, dass ich nichts wegbrenne hier. Also wenn ich abge... Mit Blitzen abgeschossen werde. Was macht diese Blitze? Wer greift mich an? Von wo? In meinem Haus ist nichts. Hier ist nichts. Da. In einer Mobfarm vielleicht. Keine Ahnung. Wait. Im Kalender könnte was sein. Weil da ist eh alles immer extrem dunkel. Ach du Sche... Ah. Ich hab mich grad sehr erschrocken. So. Okay. Nächstes Case. Das bringt Speed. Aber das lässt mich schneller runterfallen. Also ne danke. Die öffne ich gleich erst. Weil die droppen die Items. Und wenn genau dann ein Blitz kommt. Ne danke. Ich glaub das war's, oder? Oder? Gut. Ich muss mal ganz kurz hier das Ding entfernen. Äh. Das Ding hier. Remove. Dann ist jetzt... Der Balken da weg. Okay. Was auch immer das grad war. Mich hat grad irgendwas mit Blitzen abgeschossen. Ist hier hinter meinem Haus was? Nö. Nichts. Ganz, ganz weird. Und sehr beängstigend. Okay. Mein... Okay. Mein Haus hier geht's gut. Hauptsache etwas. Da sind wieder Slimes drin, ne? Da oben ist glaub ich irgendwas auf dem Ding drauf. Und ich hab Hunger. Ach. Sehr schlimm. Äh. Hunger ist sehr, sehr nervig. Weil ich weiß nicht, was ich essen soll. Das Problem ist, ich kann... Okay. Scheinbar nicht mal mehr die Dinger essen. Ich kann leider kein Steak essen. Auch wenn's unendlich... Ui. Das geht sogar wieder. Ui. Das geht wieder. Okay. Ich konnte's eine Zeit lang nicht essen, weil ich mich... Irgendwie, keine Ahnung, äh... Anders ernähren sollte. Haben die gesagt. Keine Ahnung. Stand da zumindest. Ich soll mich irgendwie verschieden ernähren, damit ich das... Also... Ach. Eine ausgewogene Ernährung brauche ich scheinbar in diesem Modpack. So. Okay. Die Invasion ist vorbei, glaube ich. Oh Gott. Das war sehr bangstigend. Es scheint aber auch nichts hier sonst da zu sein, ne? Also nichts in den Dingern oder so. Okay. Äh. Die Leitern sind weg. Ja gut. Gibt's Schlimmeres. Wow. Die nächste Invasion in three days. Danke dir. In drei Tagen ist die nächste. Okay. Was ist das hier? Okay. Es ist wenigstens besser als Eisen. Ähm. Dann packe ich die da wieder rein. So. Und letztes. Kaum bitte irgendwas Gutes. Das sieht gut aus. Oha. Oha. Das macht sogar voll viel Abwehr. Sieht hässlich aus, aber bringt übel viel Abwehr. Hey, let's go. Also theoretisch jetzt von der Abwehr sind wir jetzt full dia. Also auch nicht theoretisch. So. Okay. Äh. Wir haben jetzt unendlich Wasser. Die Mobfer macht mir Angst. Ja. Ähm. Ich würde tatsächlich einmal ganz kurz die, äh, das unendlich Wasser vorbereiten. Und in der nächsten Folge dann mich in die Mobfarm trauen. Ach Gott, ey. Warte, das Ding nehme ich immer mit hier. So. Zack, zack. Fünf Goldblöcke. Komm, einfach rein da. So. Die Rüstung. Ja. Kann die da rein? Ne. Kann die da rein? Ne. Äh. Ja, einfach hier oben rein. Egal. So. Okay. Gut. Äh. Sehr beängstigende Folge. Aber wir haben sie geschafft. Das ist das Wichtigste. So. Irgendwas hier noch. Ich glaube aber nicht. Nö. Scheint nicht so. Okay. So. Aber dann würde ich sagen, war es für die heutige Folge. Und wenn sie euch gefallen hat, dann lasst gerne eine positive Bewertung da. Und lasst auch gerne ein Abo da, um nichts weiteres zu verpassen. Und aktiviert auf jeden Fall auch gerne die Glocke und ganz sicher nichts mehr zu verpassen. Also habt noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.